Moinsen Moinsen. Und wir machen weiter. So, Bellacore ist weg. Ach ist das schön. Der ist endlich weg. Er war so ziemlich der größte Nervfaktor im ganzen Spiel hier. Okay wir steigen erst mal ein bisschen auf. Wir haben das ganze mehr oder weniger, naja nicht unbeschadet, aber mit ziemlich wenigen Verlusten überstanden. Es wäre schön wenn du das Gespenst hier überleben würde. Dann kannst du das später Heiner geben. Dann ist er sogar schon fast so weit, dass er regeneriert. Ja du kriegst jetzt hier deine, deinen Debuff. Heiner kann auch steigen. Ach ja, der hat ja gerade noch gegen den Imperator gekämpft. Du hast noch gar keine magischen Reserven, sehe ich gerade. Alter Schwede, okay wird Zeit. Der Fluchfürst ist eigentlich fertig mit allem, was er hat, ne. Allem, was er braucht. Der kriegt noch ein bisschen was zum prügeln. Und Rambert war ne faule Sau, der hat nix gekriegt. So. Leichenkarren auf gar keinen Fall. So eigentlich. Aber wir haben nicht genug Geld. Okay. Davon kannst, also von dem bin ich echt angetan. Da können wir uns noch ein paar von holen. Dann kriegst du, dementsprechend, du kriegst definitiv jede Menge Fluchritter. Später vielleicht noch ein paar Fluchritter mit zwei Händen. Zwei Händen. Mit zwei Händen. Mit zwei Händen. Und ähm, ansonsten möchte ich ganz gerne, dass du die hier behältst. Warte mal ganz kurz. Könnt ihr euch zusammentun? So, fass mal auf. Äh, warte. Du tust mal kurz zwei zusammen. So. Jetzt könnt ihr euch nochmal zusammentun. Ich möchte, dass du die Kavallerie an Rambert gibst. Der hat noch gar nicht so was. Ja. Und du? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass ich hier noch. Ich hab nicht genug Geld. So. Aber. Die Fluchritter mit Lanzen. Die kannst du kriegen. Boah, die sind aber teuer, ne? Obwohl, ne. Erstmal die hier. Kriegst du nächste Runde. Mhm. 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 Und ich hab gesehen, hier ist auch irgendein Monster gewesen, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, was geiler ist. Der Waggulf. Schwache Führerschaft. Naja, die ist genauso schwach wie der andere. Nur bei dem anderen fliegt es nicht. Okay. Ähm. Du hast selber schon was, was fliegt. Er hier regeneriert aber. Regeneration ist immer cool. Machen wir demnächst. So, Heiner. Ähm. Dich. Und du kannst gleich dein Gespenst auch nochmal bei Heiner abgeben. Aber Heiner muss sich jetzt erstmal um die Carcassonne-Dame kümmern, würde ich sagen. Oder? Oder machen wir das erst zu Ende hier oben? Damit wir das jetzt schon mal wieder zurück haben. Ich würde sagen, wir machen das erst zu Ende. Und dann kümmern wir uns um Carcassonne. Die nimmt uns jetzt das wahrscheinlich weg. Und das auch. Und das vielleicht auch. Aber was soll's. Das holen wir uns dann zurück. Dann marschiert Heiner nämlich nachher Richtung Süden. Und wird sich mit den Waldelfen mal so langsam anfreunden hier. Du, mein Freund. Dich werde ich hier oben stationieren. Und ihr zwei, weiß ich noch nicht. Ihr kommt erstmal wieder zurück. Fürs Imperium. Wir warten mal ab, wie sich Throck... verhält. Denn Throck... Naja... Throck ist mindestens genauso gefährlich wie Belakor. Definitiv. Aber... Er ist leichter zu handeln, finde ich. Denn das sind Trolle. Trolle hauen zwar ordentlich rein, aber Trolle kriegen auch schnell Angst. Und gerade wenn... Gerade unsere Armee, also vor allen Dingen natürlich Heiners Armee, basiert komplett auf Angst und Schrecken. Und damit kriegen wir sie in die Knie. Okay, Heiner. Ähm. Ja gut, du wanderst jetzt in die Richtung hier. Halt mal kurz hier an. Was ist denn hier los? Kannst du noch ein Gespenst mitnehmen? Kannst du gleich sogar noch mitnehmen. So, pass auf. Das nimmst du gleich auch noch mit. Und dann gibst du das Heiner. Heiner man steht jetzt hier hin. Und macht das da fertig. Kannst du ein bisschen... Kanalisieren kannst du. Dir geht's gut. Ne, der ist immer noch nicht. Na gut. Ja okay. Okay, 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 okay. Ich möchte noch ein paar Gespenster haben. Ja, aus dem Plan wird wohl nix. Ja ne, das... Lauf mal weg. Wo rennst du denn hin? Okay. Oh, er ist wie so ein Wachhund. Er wollte nur mal kurz hier rauskommen und bellen. Na gut. Was? Ach ja, ist krass nix. Na gut, der rennt hier nur mit Helden rum. Hm. So, mein lieber Vlad. Kriegst du das jetzt langsamer auf die Kette Altdorf da anzugreifen? Oder rennst du noch mal zehnmal hin und her? Das war auch so eine komische Aktion. So, sie macht jetzt hier Radau. Das ist klar. Und das brauchen wir auch nicht kämpfen. Das können wir nicht gewinnen. Er heißt Meutenbändiger. So, und du willst jetzt bestimmt Frieden, ne? Na klar. Ich bin ja fast geneigt, das anzunehmen, ne? Und dann stellen wir uns einfach vor seinem Haus hin. Und sobald er rauskommt, verscheuchen wir ihn. Und dann kriegen wir auch keine Strafe mehr, wenn wir ihn danach angreifen. Aber ich will das jetzt hier beenden. Wenn er mehr Geld hätte. Ja, aber nö. Sissiko. Ja, du machst schon seit 20 Runden mobil. Also ich weiß nicht, was das hier wird. Also jetzt machen wir erstmal hier den Sack zu. Kriegen wir es hin? Mein Gott. So wenig. Ach so. Ja, alles klar. Ähm. Wir wollten doch irgendwas. Pass auf. Du wolltest doch bestimmt noch so einen hier haben. Kriegst du? Das Gespenst. Hoffen wir, dass Heiner das bekommt. Schaffst du das alleine? Also ich geh mal da stark von aus, ne? Ja. So. Damit sind die auch durch. Wir plündern und besetzen. Zack. Zack. Jawohl. Schurkenhelm. Und auch Leif hat sein Leif endlich hinter sich. Wir werden hier wachsen. Bin mir nicht ganz sicher. Aber warte mal, du wachst hier auch noch ein bisschen. Was mache ich jetzt mit euch beiden? Ich habe keinen Bock mit dem Patrol jetzt hier so vor Stress anzufangen. Komm mal hier hin. Provoziere mal ein bisschen. Rambert. Wir sind schon wieder pleite. Es ist fast unfassbar. Rambert könnten wir so eine Flederbestie bringen noch. Ich glaube Rambert wird sich ein bisschen mit den Verfluchten, äh Verfluchten, mit den Gruftgulen. Gruftgule und Gruftschrecken. Obwohl das eigentlich eher was für die Striegeuse ist, ne? Irgendwie so. Ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube Rambert darf mal nach Hause. Gehen wir erstmal hier rein. Wir haben kein Geld um irgendwas. Habe ich die noch nicht gesteigert? Anscheinend noch nicht. Aura. Kampagnen, Sichtfeld, Baukosten. Ja, auch ganz schön. Aber es gibt erstmal Wichtigeres. Ähm. Was will ich mit dir machen? Du kriegst jede Menge Verfluchte, würde ich sagen. Und Gruftschrecken möchte ich dir ja geben, ne? Ach guck mal, und Warkholf ist auch da mit bei. Komm. Ja. Ja, ja, ja. Das Gespenst. Ähm. Naja, das Gespenst gibst du hoffentlich irgendwann an Heiner über. Oder soll er das mitnehmen? Er geht jetzt wieder runter. Mach das. Hol das mal bei ihr ab. Bevor du zu Heiner gehst. Wo da hinten, ne? Ach, du ahnst es nicht. Du möchtest ein Schutzbündnis. Handeln will er nicht, aber ein Schutzbündnis. Wenn ich das mache, habe ich auch sofort Stress mit Zwergen und Waldelfen. Warte noch ein wenig. Bis ich da unten bin. Weil sonst überrennen die mich, bevor ich da ankomme. Ich fürchte, ich muss meine Quest-Schlacht schon wieder verschieben, ne? Ach, ich weiß noch nicht. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Die sind ja eigentlich schnell gemacht. So. Ja, ja, ja. Gut, hat sich erledigt. Ähm. Will ich das versuchen? Ach, weißt du was? Ich scheiße auf ihn. Dauert mir jetzt zu lange. Den Hummus irgendwann wieder. Das spart uns auch ein bisschen Geld. Oh. Oh. Er zieht jetzt durch da. Alles klar. Ach. Wieso greift er denn jetzt da an? Ich dachte, Vlad will da hin. Naja. 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 So, du schnappst dir jetzt das nächste. Was wird das denn jetzt? Du willst Bordeleau haben. Interessant. Das Ork-Massiv ist ihr egal. Sie will Bordeleau haben. Kontrolle, Wachstum. Wie lange? Vier Runden halten wir aus. Er ist nur verwundet. Okay. Ach, ich komm nicht an, ne? Ist egal. Wir holen uns erstmal das hier zurück. Ja. Ja. Wir besetzen das. Zack. Damit haben wir das erledigt. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn. Was haben wir denn jetzt hier mittlerweile? Aber wir können ja mal versuchen, eine Festung zu bauen. Das wäre so super. Ähm. Kommst du bei ihm an? Kannst du ihm mal kurz ein Gespenst geben? Ja. Gib ihm das mal. Ich kriegst dafür auch einen tollen Zombie. Wir haben erstmal kein großes Problem, wa? Dann. Kommst du mal hierhin. Hast du das hingekriegt? So. Er ist immer noch nicht. Okay. Ja. Ja. Oh ja. Endlich wachsen. So. Okay. Oh, er will nicht angreifen. Das ist ihm zu gefährlich. Okay. Könnten wir uns vielleicht jetzt unseren Strigoi holen. Ja. Wir holen uns jetzt da oben einen Strigoi. Der wartet dann auf auf Rambert. Rambert übergibt ihm dann die Gruft-Guhle. Und dann wird das Strigoi so ein richtig schöner. So eine schöne Kadaver-Armee, ne? Mit Gruft-Guhlen, Gruft-Schrecken und Waag-Heistz. Wie sie alle heißen. So, kommst du jetzt endlich mal da an, da? Ach Gott, ey. Was ist, was, 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 was? Okay. Ja, ich finde es ja okay, wenn er unterwegs noch ein paar Sachen platt macht. Kann ja nicht schaden. Also, je mehr das Imperium schwächt, umso besser. Oh, oh. Vor denen habe ich ja Bammel, ne? Okay. Wieso greifst du nicht an? Hm. Ach, ist das nervig. Es ist so nervig. Okay, da der Trollkönig allerdings kein Problem mit uns hat, noch mehr Kontrolle verlieren möchte ich jetzt aber nicht. Ja. Okay. Jetzt müssen wir mal ganz kurz. Wo ist Heinrich? Da. Wir werden da nicht ankommen. Wir gehen mal kurz hier raus. So. Hör auf. Du. Du gehst da hin. Du. Gehst hier hin. Ja. Nutzt nix. Können aber auch da an der Kiste. Obwohl ich möchte das Ding ganz gerne mitnehmen da. Kannst du sich gleich zusammen mit dem um die Feenzauberern kümmern. Du kannst mal kurz hier hin. Kannst du dir noch ein Gespenst mitnehmen. Komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zwei Stück möchte ich noch. Hier zwei raus. Zack. Oh. Guck mal. Was sie hier haben. Ui. Oh. Okay. Wir müssen umdisponieren. Leitheimsucher brauche ich unbedingt auch. Sonst wird das hier nie was. So. Und hier gibt es noch mehr. Ja. Hab ich das richtig gesehen? Ne. Hier gab es nur den einen. Hier gibt es nur den einen. Ja. Möchte ich hier Richtung Fluchritter? Ne. Er kriegt sowas gar nicht. Er kriegt wirklich nur Geistergestalten. Und nichts anderes. Das heißt. Was habe ich jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein Gespenst kriegt er noch. Nächste Runde. So. Ja. Ja, ja, ja. Können wir dir auch mal eine Mauer bauen? Du musst erst mal wieder ein bisschen wachsen. Was mit dir? Ja. Ich hätte gerne das hier, ne? Ich hätte aber auch gerne ein paar Fluchritter, wo ich mal welche holen könnte. Finde ich gut, dass du immer noch die Füße stillhältst. So, jetzt kriegen wir Ärger mit Carcassonne wieder. Die nehmen uns jetzt das zweite Ding hinweg. Emil ist völlig verstört. Okay, Festus hat sich ganz schön breit gemacht da oben, ne? Aber ich glaube, vom Imperium, also von Räckland, ist nicht mehr allzu viel über, oder? Ja. 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 Hm, 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 hm. Wow. Deine Benji ist, haha, hängt an einem letzten Lebensfaden. Willst du dir jetzt über Strike, über Strike holen? Kannst du haben, von mir ist mir egal. Wir können auch ein bisschen hin und her tauschen, das ist auch nicht schlimm. Im Grunde kann ich dir die Dinger auch übergeben, da habe ich nämlich einen schönen Puffer da gegen das Imperium und kann mich dann erstmal in den Süden aufmachen. Dann kann Vlad den Osten haben. So, jetzt geht's los. Bam, und weg. Oh, ne, sie muss belagern. Da kommt der nächste von den Spinnern, okay. Ach, es ist nicht zu fassen, ich muss da wirklich interagieren, ne? Gut, dann muss die Vampirin sich um die Feenzauberin kümmern. Mann, ey, es ist so nervig. Minus 5 kann ich mit Leben, so. Oh, Dreyker ist tot. Ach, nein, Mann, ey. Scheiße. Okay, Rambert, du kommst wieder zurück, geh da hin. Oder geh hier hin. Kontrolle, zack. Okay. Geld. Geld. Er steht aber auch genau da, wo ich ihn nicht kriege, ne? Mann. Das ist echt ätzend. Gut, da ist ein bisschen mehr drin, als ich erwartet habe. Das ist schon mal gut. Wieder kein Geld, ne? Echt schlimm. Gut, da ist ein bisschen mehr drin, als ich erwähnt habe. Hm. Ach. In dieser Folge passiert glaube ich nicht allzu viel. Nicht zu fassen, ne? Warte mal, Karl Franz? Schon wieder? War das nicht gerade ein anderer Typ? Ey, ich wundere mich schon, wieso hat der auf einmal Flügel? Wie oft muss ich den eigentlich noch umbringen? Asak. Cool. die haben doch nur ein einziges scheiß drauf ja ich mache ich werde mich zwar die nächsten runden da jetzt nicht hinbewegen aber mein gott wenn dir das so wichtig ist ja ist klar holt sie sich zurück gut gut gott 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 jetzt bitte lass mich den imperator erwischen damit ich endlich richtung süden kann drackenspalte habe ich noch nie gesehen ok mehrere runden mit niedriger kontrolle ja ja ich weiß noch nicht was machen wir denn jetzt einkommen einkommen aus gebäuden mit dem einkommen aus den gebäuden mit dem ja was auch wo geht's hier lang fledermäuse mir scheißegal fledermäuse wölfe wölfe wagheist wagrülfs wagheist aber das ist erstmal interessanter weil wegen geld ja ist mir schon klar ich würde gerne noch ein gespenst mitnehmen du bist der faulste zombie von allen hier du fliegst raus du kommst rein und jetzt mache ich endlich fertig da da komme ich dran ja weg ich weiß nicht wie oft ich den noch umhauen soll der ist immer noch nicht auf rang 7 also unglaublich heiner du musst unbedingt deine magische reserven hast du schon dann brauchst du uns auch erde und das nutzt ja nix so und jetzt bitte ab in die richtung hier ja hier ist bisher noch nichts raus gehobst wir müssen auch die vampirische korruption hier irgendwie hinkriegen hinkriegen ja wau mal du bleibst erstmal drin du nimmst du den mit ja 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 echt nicht mehr nicht ah sehr gut genau das wollten wir sehen so ich hoffe du kommst zu einem land bin mir nicht ganz sicher gut bitte hier geht es weiter so kannst du eigentlich aufs see auch irgendwas erwecken? kannst du nicht hatten wir schon mal als thema glaube ich ne ja ja noch mehr oh ja ok es handelt zwar niemand mit mir aber schön dass wir den handel betreiben äh dass wir den handel anschieben hier ja alles befestigen was befestigt werden kann jetzt hier mehr wachstum bitte mehr geld bitte wo ist das dritte hier hier die ja echt ach ne färbemittel ich dachte gerade diamanten gut 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 so jetzt haben wir 2300 nächste runde heiner bist du fit für deine aufgaben schlacht ja bist du aber wir machen erst den turn hier stell dich mal zentral hin und besorg dir mal was der schwarze kutsche du hast ja jetzt schon die hier warte auf du kriegst jetzt hier noch so ein auch ein paar fluchritter aber ja die kosten mehr quasi doppelt so viel ja nicht unbedingt den goldenen komm äh den und den raus und du kriegst noch zwei davon ne kriegst noch einen so und ich würde sagen wir beenden diesen turn hier noch und dann machen wir schluss und in der nächsten folge machen wir jetzt tatsächlich unsere aufgaben schlachten damit Heiner sein Equipment bekommt und dann was nu na jetzt schon noch nicht geduldig noch ein bisschen wir machen unsere aufgaben schlachten damit Heiner sein Equipment bekommt und dann hoffentlich seine Armee endlich mal vernünftig fertig kriegt wir brauchen noch zwei Leitheim Sucher und für den Rest überlege ich mir noch was ein Held wäre noch nicht ganz geil wir haben zwar Krell aber eine Benji hätte ich eigentlich auch noch ganz gerne und den Rest vielleicht tatsächlich Zombies behalten mal schauen ja und die Dame die Dame des Hauses auf ihrer Echse da die soll sich Richtung Feenzauberin aufmachen ich könnte mir vorstellen dass sie die boah dass sie die sogar besiegen kann Alter die nehmen wir alles wieder weg na gut ist egal dann holen wir uns alles wieder was hat sie denn hier so Questritter Ritter des oh Alter die besteht ja fast nur aus Kavallerie ne ok ach ne das wird sie nicht alleine können da wird einer helfen müssen da wird einer helfen müssen das wird sie nicht alleine können das wird sie nicht alleine können hm also weißt du weißt du was weißt du was ich glaube ich gebe dir andere Koordinaten du kommst ja sowieso nie in Altdorf an obwohl du stehst jetzt schon davor ne dann kriegst du es vielleicht jetzt endlich hin und danach gebe ich dir andere Koordinaten aber wie auch immer das machen wir in der nächsten Runde ich danke fürs zuschauen hoppala falsche Taste machts gut bis zum nächsten Mal tschüss